so kann habe ich um ein verzählt ich fasse es ja nicht ein raum noch mal ein zeltig brauchen noch mal so einmal hier noch mal das alles weg so so das war ganz viel bruchstein das ist ganz gut jawohl jetzt sind auch dahin wo es hingehört die ecke hier auch noch wegreifen komischen sand haben wir hier so in dem basalt gleich mal umformen und das jetzt auch gleich mal umform muss es hier hell genug sein genau das terracotta bräuchte rackotta brauchen wir ja erst mal das eine fertig mal bevor ich nichts wieder anfangen ist sonst nicht gut das sollte man besser nicht tun erst mal ein paar sachen wieder hier reinschmeißen die man nicht mehr braucht noch das ist ja immer ganz gut auf erde haben wir hier basaltsand das war wohl aus ton gemacht ne aus ton roten ton oder keramik besser gesagt ne aus keramik genau keramik war das haben wir überhaupt noch fensterscheiden haben wir noch ja warum das ist kein fenster aber wir haben im lagersystem irgendwo ein fenster ne gegenüber dem kleinen regal einer treppe wo die holz sachen sind wie ist das hier terracotta trottenbrix trottelige brix brauche ich trottelige brix trottelige brix trottelige brix so hammer also das gegenüber ja warte ich komme fensterscheiben fensterscheiden sind hier vorne da gefunden ja siehst du geht doch ja hier unten wenn es schwer ist dann immer zu besuch kommt dann wird er erstaunen mann was für eine schüssel arbeit hier wieder so haben wir gleich erstmal hier ich bin gleich wieder da macht das so so soll ja alles da richtig schön aussehen dann müsst ihr hin so ach so die müssen wir hier auch nochmal wegnehmen hier können wir mal ein paar bemoeste holen weil er ist ja nass das machen wir mal da 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 vielleicht kriegen wir heute das netherportal noch hin müssen wir mal schauen müssen wir mal schauen weiß ja noch nicht hier haben wir erde wir haben was halt wir haben das ding ins das behalten wir mal nochmal nochmal da wollen wir mal gucken nach bemoesten bruchstein wobei den haben bemoeste stein ziegel habe ich gefunden bemoeste stein ziegel habe ich gefunden bemoeste bruchstein da haben wir ein bisschen was von und dann noch ein paar jetzt mal mit hier zack 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 da 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 so ups aber kein bruchstein mehr doch da ich wollte schon sagen Das ist ein Schell. das sieht es eigentlich keiner da aber so sieht es besser aus bestimmt machen einfach mal so habe musste bruchstein einbauen sieht doch bestimmt nicht schlecht aus oder somit ist dieser keller und soweit wunderbar ausgearbeitet oder jetzt ist das licht aus gut stört uns aber auch nicht groß aus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Habe ich noch ein bisschen was an Bruchstein, habe ich hier noch, sehr gut und in der ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Genau, das sieht schon mal ganz gut aus Das für Muster Bruchsteine brauche ich nicht Den Cobblestone Triedingspunkts Angular Den brauche ich hier Ja, das war's, den brauche ich hier noch was War schon wieder vorbei So Dann kommt hier jetzt zwei von diesen Lampen rein Sind sie denn? Sind sie denn? Da sind sie Was hier hell genug ist Und Statt den Dingbombs brauche ich jetzt die ZELTIC Und ich brauche nochmal einen Ja, gut, ok So So War nicht so einfach nur in der Weihnachtshöhle Ja Das schaffst du schon, Joki Du weißt, das ist ein wunderbares Zuhause, was wir uns hier gezimmert haben Mhm Das stimmt Nehmen wir uns hier einen kompletten Stack nochmal mit Riolit War nicht der große Riolit Der war da, ne? Genau Nur 31 Stacks davon Pfff Haufen Steine So Den Keller kriege ich heute noch fertig So Sollten wir hier den Fußbodenhorköpfchen ausheben Heute wird das Heute wird das Ich mir erstaunen Schöne Erhabene Steinmetz-Kunst Unten An der Decke Auf alle Fälle Da staunt Da bestimmt jeder nicht schlecht So Jetzt brauchen wir erstmal Den schmeißen wir erstmal wieder rein Den brauchen wir nicht mehr Die Trotteligen Bricks brauchen wir die da So Ich hoffe die 21 reichen Und ich glaube gleich wieder nach oben So Hier ist der ein über Hier hat es nochmal drei Stück nochmal gehabt Dann kann man die wieder zurück verwandeln in den normalen Ton Normale Keramik Wunderbar Alles richtig gemacht So So Ich habe einen Keller fertig gebaut Ja super Ja super So Die Zeit haben wir noch Ein bisschen haben wir noch Dann hebe ich wenigstens schon mal das Türchen aus für das Nestorportal würde ich sagen Also eine Etage tiefer Im Bergwerk mit der Leiter Ja So möchtest du es sagen Ja Ja mit der Leiter Dann gehen wir den Bergwerk runter Auf die erste Ebene So 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 Erstmal bis hier hin Dann geht das hier in den Raum würde ich sagen So So So, ausgeschachtelt. Dann werde ich das jetzt erst einmal wieder schön, den Kalk kann man nicht schütteln. Den Riolit machen wir hier sowas, wo ist jetzt wieder mein Schüssel abhängen, da ist er. Den Diuret kann man auch schüsseln. Wir machen ein einfaches Türchen vor, ne? Ja, das machen wir. So. Hier geht es dann rein zum Überlegen. Als was ich den Fußboden mache. Der müsste ja auch so ein bisschen geschüttelt sein, ne? Ja. Mal kurz nach oben ein paar Sachen wegbringen. Da, 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 da. Gleich schaffe ich den auch noch. Wäre schön. Riornbau Union. Unbedingt mal eine Truhe. Ich kann nicht mal bis oben hochlaufen. so. So, das kommt erstmal da rein. Feinste Schüsselkunst, ey. So. Jetzt muss ich uns überlegen. Äh. Schüsseln. Ich hab Bruchstein. Ich hab Bruchstein. Ich möchte gerne das haben. Genau. Das ist nicht gut. So. Abbauern. Weg. So. Abbauern. Jetzt fülle ich mal ein, so ein Schiss La Peng, ey, ich fasse es ja nicht. Das ist gemein. Einmal, wo haben wir ihn denn? Oh, ein Heuhaufen mit Mistgabeln, das ist ja auch witzig. So, jetzt machen wir weiter. Geben wir doch jetzt mal hier so zeltig. Elemente gibt, die man wieder sieht hier, weißt du? Hm? 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 das gleiche machen wir in der ecke auch noch so dahinter verstecken es was anderes ein bisschen limestone stelle vorwerten dieses häuschen in echt oder so ein häuschen in echt hätten dann hätten wir leute die putzen für uns natürlich ich glaube ich krieg diese einbauhöhle hier noch fällig heute weißt du das großen hammer so lambstone ein da bleiben diesen elementen treu okay 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 ach die kloster und habe ich schon gleich mal hier hochmann ist schon wieder ätzend das ist doch cool das gefällt muss ich nur ein bisschen material wiederholen aber glaube ich gar nicht mehr los das kriegen wir ja glaube ich nur messer auf dem markt oder gehst auf dem markt genau kriegen wir jetzt noch mal raus aus diesen 41 12 noch hin aber ein klein wenig überziehen kann ich sogar noch das portal bauen das war mir klar so jetzt müssen wir die decke noch schnell abtragen okay 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 so das war es ein schussler ping Und dann sehen wir uns wieder. So, die Symmetrie mit der Decke, machen wir es hier genau. Das fehlen wir zwei Stück, ich fasse es ja nicht. Wie, mal zwei Stück, so und den Rest machen wir ja mit der Sache. Ich habe dann noch sieben Stück. Ah, kata, 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 kata. Zeltek, da kommen wir sieben Stück, was soll es denn? So, das haben wir auch. Dann geht es jetzt aber wieder nach oben hoch. Es regnet. So, einmal alles hier reinschalten. Das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir, das brauchen wir nicht mehr, das, 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 das. So, jetzt brauchen wir, ähm, ist das hier drin? Obsidian, wie viel brauchen wir dafür? Nehmen wir ein paar Sachen erstmal so mit. Musst du nur maximal zwei breit sein, war das, ne, oder? Glaube ja, aber ich weiß es nicht, für Lagerkeitswerke bastelt. Oder wollen wir es drei breit bauen? Wenn das geht, aber ich glaube, wir brauchen auch noch ein Feuerzeug zum Anzünden, ne? Ja, ich gucke mal, ein Feuerzeug könnte ich haben irgendwo. Ich habe ein Feuerzeug. Ich habe alles da, was ich brauche. Das muss ja nicht komplett rumgebaut sein. So, okay, wir haben den Messerputzer. Soll ich mal durchgehen? Weiß nicht. Ich gehe mal durch. Ja, aber auch, dass du auch wieder zurückfindest, ne? Na klar. Geh nicht mehr so weit. Und nicht, dass du da wieder krepierst, ne? Ja, ja. Okay. Ich bin mitten in einem, in einer Festung gespawnt. Ich bin mitten in einer Festung gespawnt. Alte Scheiße, war gleich ein Lohnspawner. Da müssen wir nochmal gemeinsam reingehen. Okay. Ich muss jetzt schnell hier nochmal eine... Ähm... Gott. War das gerade gefährlich? Ich habe nur gerade so einen Spawner gehen. Da höre ich nur... Wusch, 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 wusch. Ich muss jetzt noch ganz schnell eine Tür davor bauen. Nicht, dass jetzt irgendwas da durchkommt, weil ab und zu kommt ja was da durch, ne? Mh... Mh... So. Ähm... Das Feuerzeug kommt zurück. Ich dachte, es ist nicht lange mitten in der Lava. So hat sich das fast... Sah es zuerst aus. Willst du? Ja. Ja. Ähm... Zurück verwandeln. Zack. So. Irgendwann sind Systemprobleme hier, ne? Na, ist egal. Ich möchte jetzt nachhelfen. Ähm... Ähm... Was war denn das? Tür... Das war so eine Tür, die oben runterfällt. So eine Labortür machen wir, ne? Oder? Hm... Haben wir vielleicht sogar noch welche davon? Warte mal kurz. Brauche ich gar nicht bauen. Wir haben sogar noch welche hier von. Ach, ist das nicht cool. Habe ich noch ein Schild, damit ich mal einen Erinnern mich bauen kann? Ah... Habe ich natürlich nicht, das war ja klar. Wie sollte es auch anders sein? Ein Schild... Ich weiß nicht mal, wie man ein Schild baut. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir haben hier... ...etwas Holz. Und kommst du mit deiner Höhle dazu... ...zurecht? Ja, sehr gut sogar. Das ist ein komplett neuer Spawnpunkt ist das. Also alte Kanüle da. Also... ...zurecht. Ja. 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 so ich habe es vermerkt dann können wir jetzt mal wegen tschüss sagen wenn du möchtest ja kommst du vorher noch mal kurz in meine weihnachtshöhle ja warte kurz nach oben laufen paar sachen hier rein schmeiße ich jetzt nicht mehr brauche stöcker so was die tür wieder spangel weit auf sich um die tiere gekümmert aber heute noch nicht sehr beschäftigt zu meiner tschöne muss ich irgendwo hier lang aua so bin ich da ja muss durch die tür gehen siehst du das schon schön das gefällt dir ne hier muss ich gucken dass ich vielleicht noch mal eine tür einbaue da mache ich noch ein kleines badezimmer noch hin macht das sieht glatt aus frisches obst war das ist lecker lecker schnauze das hier ist hier oder gehen wir wieder zurück würden sie mal bitte auf mich warten du das schweine schäufe schon auf gegessen nee nicht das ist unfair so was macht man nicht das ist ganz ekelig nein das will ich auch nicht machen das sieht hier vor allem so auch mal wieder gucken ach sieht das schön aus ach ja so Freunde das soll es heute wieder gewesen sein eine menge wieder geschafft dem schmerz geholfen er hat uns geholfen wie sie so gehört ja schulgert ihre wandershöhle weiter gebaut sieht sehr schön aus sonst noch was nö sonst nix mehr doch eins habe ich noch tschüss bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschau